Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres FIFA 14 Ultimate Team Let's Play. Ich bin Rektanin, Ihr Schaub-Fieber-Gensure-Goo und wir starten ins nächste Match. Mal gucken, ob wir jemanden finden. Es ist immerhin schon 12 Uhr 26 an diesem Montag. Da wird doch der ein oder andere schon von der Arbeit oder aus der Schule sein. Komm, komm. Komm. Ba-ba-ba-ba-da-da-da-da. Die suchen uns einen Gegner. So krass, bei mir auf der Arbeit kriegst du die PS4, wenn du jetzt bestellst, jetzt im Februar, bekommst du erst Ende Mai. Was für ein kranker Scheiß das ist. Da gehen die Leute steil drauf. Wenn du eine Xbox One kaufen willst, hast du innerhalb von einer Woche da. also meistens dann schon in zwei drei tagen also keine ahnung das ist schon heftig wir haben gefunden sehr schön in die borussia gegen die borussia letztendlich so viel zum thema borussia wenn mir die kalt das ist das problem wenn man nicht so oft wie ich in der zeit zeit kriegst halt nicht wirklich coins dass du sagen kannst ich halte jetzt mit ich kaufe mir neue spieler und sowas oder viele packs und dergleichen und ehrlich gesagt jetzt geld ausgeben will ich nicht und drauf ich hab gedacht wir machen es einfach mal leute im luftkampf waren wir kurzzeitig unterlegen leute der ist so schnell das hasse ich an dem hier jawohl dante das hast du super gemacht danke dafür laam pass jawohl und laam was habe ich denn da gedrückt schei seh leute was soll des aufpassen hier wupp die druck und das passt aufpassen aufpassen so so ein scheiß trick hätte er den nicht noch mal vorgesetzt oder vorgelegt wer wäre das wahrscheinlich eine astreine tor chance geworden wir probieren es einfach mal machen quatsch okay ein wurf sehr gut läuft eigentlich ganz gut besser als erwartet im moment kommt man mal hoch rein und man zu kitzchen noch mal nach ich glaube mit dem zweiten kopfball geht es rein man zu kitzchen die alte kanone erst die latte dann tut das trotzdem noch machen wunderbar so muss das sein sehr sehr schön insgesamt ist das fein so lololololala aufpassen da waren wir kurz dran die praktizum nichts, jetzt haben wir es geklärt Ecke. Okay, mal gucken, was er probiert. Versucht ihn hoch reinzubringen. Dante, hast du schön gemacht. Lauf. Jawohl. Ja, 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 ja. Gut, dass er da rangekommen ist, also der Gegner. Nicht jetzt, weil ich sage, dass das gut für uns wäre, aber es war ein schönes Spiel letztendlich und darauf kommt es ja an. Sehr gut. Komm, Blaschi, lauf, 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 lauf. Versuchen wir es nochmal hoch, wenn es schon mal geklappt hat. Er war dran und jetzt kommt der nächste. Schade. Oh, Mann, 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 Mann. Sehr schön. Läuft. Komm, lauf, 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 lauf. Jawohl, ein Wurf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Lahm, Mann, warum spielst du denn da nicht zu Kuba weiter? Oh, Dante, lauf. Das war so... Oh, scheiße, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Weck dir mit. So muss das doch. Nimm mit. Und du läufst jetzt einfach mal. Egal, egal. Wir haben den Ball wieder. Super lahm. Nein. Hat uns weggenommen, die Sau. Lahm, lauf doch mal. Das wäre gleich schnell. Das mit Ball der andere wohlgemerkt. Gut, dass Weinfeller Dinge halten hat. So. Na. Sehr schön. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Und du machst ihn rein. Mann, Zuckitsch, Mann. Komm. Sehr gut. Komm, den bringen wir nochmal rein. Und das war klar. Da waren so viele Verteidiger, da ging gar nichts. Aber trotzdem schön gespielt vorher. Ganze Spielaufbau und Chancenaufbau war ganz nett. Wuppdi-dupp. Super, Dante. Müssen wir ihm die ganze Zeit Feuer geben hier. Jawohl. Und Kuba schießt. Oh, scheiße. Ist ja nicht mehr richtig rangekommen. Aber egal. Wir setzen ihn unter Druck. Das macht natürlich auch für die Psyche ganz schön viel Spaß. Letztendlich vom Gegner. Wer denkt sich, was ist hier los? Dauerfeuer pur. Und so entstehen Fehler. Letztendlich auch. Komm, weg damit. Jawohl. Genau. Komm, komm. Kuba. 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 Bring rein. Und du machst ihn jetzt. Na ja, das war scheiße. Ich versuche im Moment einfach nur Druck zu machen. Gut, noch dran gekommen. Ist zwar in der Ecke, aber was soll's. Weg damit. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist noch wirklich nix draus geworden. Sehr gut. Komm, mein Zugitsch. Lauf. Ja, was soll er sich da durchsetzen? Das geht ja überhaupt gar nicht. Zumindest ich kann's nicht. Einwurf für uns. Sehr schön. War ein Pfeif der Schiedsrichter mal. Gibt's ja wohl nicht. Okay, jetzt hat er gepfiffen. Sehr gut. Egal, macht nix. 1-0 ist schon mal super. Das Gute ist, wir hatten ihn zumindest so am Anfang unter Kontrolle gehabt, dass er gar nicht so viele Schüsse aufs Tor bringen konnte. Wow, Weidenfeller, was ein Held. Hätte er noch halten können, das wäre ein bisschen schöner gewesen, aber was soll's. Im Sinne von festhalten. So, komm, weck du mit. Das macht du lahm. Den Kopfball einfach mal, ne? Aufpassen hier. Weck du mit. Alabaas, sehr schön. Wie er im Moment ein Stück besser steht als wir. Schon wieder Ecke. Leck mich doch am Eimer. Sieht die Scheiße aus, die Kameras, glaube ich, aber nicht. Ich frag mich, wie viele Konsolengenerationen wir noch brauchen, bis wir auch die kleinsten Details am Spielfeldrand so ausmodelliert hätten, als wären sie die ganze Zeit in der Nahansicht. Weil die sparen sich ja da doch ganz gerne mal Arbeit und Polygone, was sowas angeht. Sehr schön. Weidenfeller gut reagiert, als er rausgegangen ist. Wow, 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 wow. Unschön. So ist gut. Alabaas, danke. Alabaas, danke. Martínez, schick ihn, den Aubameyang. Lauf, lauf, lauf. Du bist doch so ein schneller. Oh, schade. Abstoß, oder was? Ne, ein Wurf noch. Okay. Das ist ja lustig. Eigentlich wollte ich gerade gucken, ob der, ah, geht der schön außen vorbei. Sehr gut. Oh nein, Mann. Ist ausgespielt. Leute, komm, weck demit. Sehr gut. Nein. Nein. So, jawohl. Weitergegeben gleich. Oh, zu weit vorgelegt, aber wir haben einen Wurf, sehr gut. Gut 30 Minuten hier. Gerade nicht aufgepasst, deswegen auch den Einwurf verhunzt. Macht aber überhaupt nichts. Schicken wir dann mal. Blasikowski bewegt den Ball. Blasik, Blasik, Scheiße, Scheiße. Aufpassen, aufpassen. Mann. Es gibt's doch nicht. So, jawohl, super, Dante. So, und jetzt bringen wir ihn rein. Ecke, oder? Jawohl. Komm, den kriegst du. Der war nur Scheiße. Mann, Zukic, da hast du schon bessere, Digger gemacht. Aufpassen, jawohl, sehr gut, sehr gut. Ist doch egal. Wir haben noch den Ball. Das ist unser Glück in dem Moment. Spielen mal zu ihm. Eigentlich wollte ich das nicht, aber das passt schon. Den bringen wir hoch rein. Können eigentlich mal wieder schießen. Oh, 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 oh. Rangefummelt. Das steht einfach nur da, ist der blöd, Weidenfeller, du Idiot, ey. Habt ihr das gesehen? Steht der nur da und guckt blöd. Guckt den Ball vor allen Dingen noch an. Das kann's doch nicht sein. Ey, so was Affiges. Dass er leben muss. Den hätte er locker halten können, der Depp. Wenn ich das sehe, was ist denn das? So Affig, ey. Sehr schön. Komm, Blaschi. Ach, das war scheiße. Der konnte sich da überhaupt nicht durchdrücken. Wieso gibt's denn den da weiter? Macht doch gar keinen Sinn. Ist so doof. Weg damit, Dante. Ich würde aber grundsätzlich sagen, gegen so eine Mannschaft dann trotzdem noch ein Unentschieden zu spielen, ist besser als ich erwartet habe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir klanglos untergehen werden. War jetzt nicht der Fall. Ach, schade. Wäre auch zu schön gewesen in dem Moment. Jawohl. Komm. Schade, schade. Da sind die Räume viel zu eng für solch hohe Bälle. Schwein. Alaba, lauf. Sehr gut, wir haben. Gut, Martinez. Ah, wer, Martinez ist da? Uh, 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 sehr geil. Oh, glaub's nicht. Oh, Gott, 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 Gott. Weg mit dem Ball. Weg mit dem Ding. Komm, 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 komm. Und truff. Ist das Ecke? Oh, nein. Der ist so scheiße geflogen. Ich hab gedacht, vielleicht wäre der Verteidiger noch dran gewesen. Gerade wollte ich schon passen. Bringt nur nix in dem Moment. Wenn der Ball schon weg ist. Blaschie, Blaschie, bleib doch nicht so blöd stehen, ey. So affekt teilweise. Leute. Dante, 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 Dante. Jawoll. Du Verteidigermaschine. Oh. Die haben noch den Einwurf. Nix, ja. Nein, warum pfeifst denn da, du Arschloch? Egal, unentschieden. Ich würde sagen, dann machen wir einen Cut auch gleich an der Stelle. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen. Und sag, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, aber das ist einfach die Geschichte, Mann. Ja. Ah, ach. Der Künstler. Da wäre hier drin e успеш Ranch, Droh, wie weiß ich dir eins. Aber была auch im Ad